Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft in unserer neuen Hundebude. Ja, hier ist der Eingang zum Hund. Da mache ich nämlich auch noch eine Tür. Das mache ich mal gerade. Aber natürlich haben wir zu wenig Holz, Gähn. So, dann habe ich eine Tür aus gemischten Hölzern. So, und aktuell ist hier ja noch ziemlich karg irgendwie. Das kann man mal machen. Ja, ja, einen Ofen vielleicht. Aber nicht wieder so übertrieben viele wie drüben. Oh, das ist schon gebraten, das Schweinefleisch hier. Ja, gebratenes Hühnchen. So, und wo wir gerade hier sind... So, ich möchte ja auch nochmal so ein bisschen Sand machen. Weil ich wollte ja da vielleicht in der ganze Hundebereich, ein bisschen Glaswand machen, so reichen. Ja, 49 Glas müssten dann reichen. So, wieder zurück. Und dann bauen wir noch so viel Sand und Steinschwert ab, bis es kaputt ist. Ja, jetzt können wir endlich das Eisenschwert ruhigen. Also, äh, Ruhn... Ach, egal. Ihr wisst schon. Äh, also... Ruhnmutes benutzen. So, dann machen wir einfach... Ja, zwei Öfen. Äh, ja. Ich mache es ja auch gerade total richtig vor. Dann machen wir nochmal zwei Öfen. Und... Machen wir mal hin. Sand. So, ähm... Muss noch was gebraten werden. Kann man Eier braten? Nein. Gut, dann machen wir da jetzt einfach so Cleanstone draus. So viel brauchen wir denn da? Zwölf müssen das sein. Zwei davon haben wir schon. Allerdings mache ich dann da unten. Da unten mache ich dann, ähm, Tropenholz rein. Einfach, weil es besser aussieht. So, nochmal fünf Glas. Nochmal... Ja, gleich sonst zwei. Und schon sechs Cleanstones. Juhu! Ja, nochmal zwei Glas. Wie tun wir eigentlich hier hin? Ich brauche ein Depp. Ne, ich bin eigentlich gar kein Depp. Alles gut. Ja, kommt schon ein Glas noch, dann ist hier die Abtrennung fertig. Juhu! Und bam! Sieht so aus, als wäre da der Hund direkt da. Wie sieht es für den Hund aus? Ja, dann kriegt der Hund halt einen Einblick in unser... In unseren Wohnraum. Was aber nicht weiter tragisch ist, denke ich. So, derweil mache ich mal Treppen. Ihr werdet noch sehen, wieso. Ach, ich bin doch bescheuert. So, reichen 20 Treppen wahrscheinlich nicht. Ja, vor allem, wenn wir sie falsch anbauen. Nämlich für ein Dach verwenden wir die. Ja, diese 20 Treppen werden im Leben nicht reichen. Oh, achso. Ja, die Ausbuchtung hier ist jetzt natürlich blöd. Können wir die vielleicht entfernen? Ich denke, ja. Komm, machen wir das. Das hier weg. Okay. Irre ich mich oder geht schon wieder die Sonne unter? Tatsache, die Sonne geht unter. So, dann gehen wir mal wieder hier zurück in der Hood. So. Gute Nacht.